Mova, ja, was soll ich sagen, vorm Toru seine Waffe, hat ein Mördertempo, ist für jeden, also wenn ich Außenbeteiliger wäre, würde ich mir dreimal überlegen, ehrlich gesagt, ob ich mich nach vorne mit einschalte, ein Ballverlust, und du kommst, siehst ihn nicht mal mehr. Herzmeyer nochmal abgelaufen mit 40 Meter Rückstand, das ist sensationell, ich liebe sowas, das ist eine hohe Qualität. Kein Problem. Weitfeller pflückt, und oben fährt in der nächsten Kunde, der Aubameyang. Das Tempo, das hat, ist außergewöhnlich. I've got courage to guide me through the dark, I've got courage to guide me through the dark, I've got courage to guide me through the dark. Ich weiß nicht, oh, Aubameyang setzt nach, sie lauern auf diese Wähler. Und wenn man losgeht. Übermeer, rechts. Übermeer, ein Tor! Wenn man sich mal anschaut, er blockt den Ball im Mittelfeld, und wie er die Neapolitarer überholt, obwohl sie sich zum Tor haben, und was man bestellig kann. Aber wenn man sich mal anschaut, er blockt den Ball im Mittelfeld, und wie er die Neapolitarer überholt, obwohl sie sich zum Tor haben, unten war schon bestellig. Übermeer, rechts. 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 I don't need you alone I don't need you to make me sure I don't need you alone No I'm gonna start with you Oh, 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 oh Yeah, oh, 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 oh Das war's für heute. Obermeyang, jetzt hat er mal Bahn, Obermeyang mit dem 2 für 0. Freie Bahn, muss ich sagen, aber das hat er uns selbst gezeigt, wie das dann aussieht. Ziemlich schnörkellos, klasse kombiniert, mal die kurze Variante gefehlt. I've got courage, to guide me through the dark. I've got courage, to follow my own heart. I've got courage. I've got courage. I've got courage, to guide me through the dark. I've got courage, to follow my own heart. Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. Oh wow, oh wow, oh wow. So, Obermeyang, jetzt vielleicht für Pierre-Emerick. Obermeyang mit dem Luzer mit seinem Tor. Aber spät, aber nicht zu spät. Und das ist ganz wichtig. Es ist das 6-0, aber es ist seins.